Broxo und ich müssen heute in Roblox den Höllenweg beschreiten Freunde ich sag mal so Parcours ist nicht so meine Stärke aber Broxo ist da gar nicht so schlecht Wir gucken uns auf jeden Fall an, es wird wild, lasst ein Like und Abo auf dem Kanal da und jetzt viel Spaß Ehhh Kaspar Was ist los Broxo? Dir ist schon klar, dass ich dich da gesehen hab Hä? Was? Ja Oho Guck mal, wir haben da die Brücke, wo wir müssen Und hier Sag mal die sieht aber gefährlich, was machst du da? Hä? Ich krieg Daily Rewards, ich hab grad 50 Dollar bekommen Kickliche Belohnung, nicht schlecht sag mal Aber komm, Quatsch gar nicht mehr so lange, wir wollen jetzt hier doch über die Brücke rüber Genau, deswegen, also wer zuerst ankommt Kaspar, der kriegt auf jeden Fall was cooles Und äh Oh nein Ich bin da direkt durchgefallen Acht, ach ich seh gerade, gibt's verschiedene Level, also sind das verschiedene Stärken Ja ja, also du musst immer aufpassen, oh Gott Oh Gott Warte, du ziehst ja schon voll, ich seh das da oben Du ziehst ja schon voll durch Ich zieh voll durch Ich bin doch am Anfang jetzt, warte doch mal ein bisschen Ey nein, ich bin hingefallen Oh Ach du musst von ganz vorne wieder anfangen Oha Das heißt, du musst aufpassen, wenn da so überall Sachen leuchten, da darfst du nicht drauf Das ist schon mal richtig Okay, aber wo muss ich denn hier jetzt rüber? Hier musst du klettern Hier Bam 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 Oh Gott Sag, aber du bist ja schon richtig geübt hier Oha, ich bin richtig geübt Kaspar, jetzt pass auf, du wachst doch hier nicht die Sachen berühren beim runtergehen Aha Oh Gott Oh Gott Alter Oh Gott Das schaffe ich nicht Oh nein Oh Mann oh Ey Ich häng dir auf, ach Nein Oh Gott, ich flieg wieder hoch Ich bin wieder hoch geflogen irgendwie, keine Ahnung Jetzt Ich bin irgendwie so hoch gebackt, weiß ich auch nicht wieso Okay Aber das Ding ist, das ist noch nicht so schlimm Weil in einer Minute resettet sich das, dann können wir quasi wieder mit einer anderen starten Aber wir können ja schon mal so ein bisschen Aha Schau mal, schau mal Schau mal, schau mal Weißt du, ich drück jetzt mal ein bisschen hier aufs Gas Ich glaube ja, du brüllst ein bisschen zu viel Nein Ich guck erst mal, wie das ist, wenn wir richtig schnell jetzt machen Zack Okay, okay Ich hab's gesehen Du bist direkt durch die Lücke Okay, okay Kaspar, wir müssen doch jetzt hier zwei Freundinnen noch dazu bekommen Und das Ding ist, guck mal oben Ja Oben gibt es die Schwierigkeitsgrad Ja So, das heißt, hier ist jetzt erstmal orange Der ist dann noch relativ leicht Ach, das heißt noch easy oder was Okay Das ist noch easy, muss ich sagen Ich will gar nicht wissen, was rot heißt Ahhhh Ich glaube Kaspar, ich glaube rot wird richtig richtig schwierig Glaube ich auch, glaube ich auch Weil, ich meine, rot ist auch meine Farbe Und ich mach das Leben nicht leichter Ja, das stimmt, das stimmt Okay, jetzt musst du dann aufpassen Also Wie du eben geschrien hast Hä? Lol, ich hab das gar nicht berührt und bin trotzdem gestorben Oh Gott, da musst du ein bisschen aufpassen, ich sag's dir ganz ehrlich Du musst echt aufpassen, ja So jetzt hier Ich bin auf jeden Fall schon mal Ja Ja Ich komm gut weit Ich komm gut weit Kaspar Ja, nicht schlecht, gar nicht schlecht Oh Okay, auf den Bier Ich hab schon wieder berührt Jawohl Okay, ich bin sogar jetzt schon grün Ja Oh, sag mal nicht schlecht, nicht schlecht Hier, das darf ich nicht berührt Jetzt bin ich hier sogar Oh Pink Oh 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 Okay, okay, okay Ich muss erst mal Ja Hast du es geschafft schon? Ich bin schon sehr weit Kaspar Ich bin schon jetzt zur Hälfte Okay Okay, okay Ich komm hin, ich komm hin Aber dass es hier auch gar keinen Checkpoint gibt, ne? Ja, das Ding ist, es ist natürlich Hardcore, ne? Also, es ist sehr Hardcore Oh 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 Okay Ich hab gleich gelb durch Kaspar Ich hab gleich gelb durch Oh Junge, du machst auch hier wieder echten Du machst hier wieder einen Splinter Oh Das ist jetzt hier lila sogar schon Achtung Kaspar Lila Lila, ja Oh mein Gott Rot sieht ja so schwer aus Okay Rot ist jetzt das vorletzte Kaspar Okay, okay Ich schaff das Ich bin hier hochfokussiert Ah, nein Nein Wo bist du gegen gekommen? So kurz vom Ziel Nein, als wenn du dagegen gekommen bist Ach mein Doch Kaspar, doch Ey, aber es ist nicht so schlimm Weil ich hol dich jetzt ein Kaspar Du holst mich nicht ein Ich bin nämlich schon bei Pink Aber ich bin nein Ich bin vorbeigesprungen Haha Mann Okay, was machen wir? Wer zuerst ins Ziel das schafft Was kriegt derjenige? Ach man Verdammt Was kriegt derjenige? Ja, ja, alles gut Ich muss hier nur mal was in Erfahrung bringen Aha Was bringen eigentlich diese Coins? Ja, das ist nämlich das, was ich mich gerade frage Du kannst nämlich Ja Du kannst dir nämlich ein paar Tipps Ja, so ein paar Hinweise So ein paar Tipps kannst du dir kaufen So ein paar Helfer Weniger Gravity Mehr Geschwindigkeit Oh, das glaub ich mir hier Negativität Was hast du dir gekauft? Das sag ich nicht Mal gucken, ob ich es damit jetzt schaff Wie jetzt Mal gucken Was hast du dir gekauft? Sag mal Ich sag's nicht Ich sag's nicht Auf jeden Fall hab ich mir was gekauft Das kann man nur mit Robux kaufen Und nicht mit diesen Coins Oha, dann weiß ich ja was du gekauft hast Man kann ja nämlich nur die Sache kaufen Ach malo Hast du dir ein Schild gekauft? Ja, aber ich bin gespannt, ob das aktiviert wird Sobald ich was berühre, weißt du? Also ich hab Stimmt, ich hab jetzt auch ein Schild Okay Also das Schild ist gekauft Okay Aber ich seh kein Schild um mich herum Und ich auch nicht So schnell Okay, blau Oh, hier haben wir eine miese Taktik So Und hier bin ich eben fehlgeschlagen, ne? Beim roten Oh, ich komm gut Ich komm gut vorbei Wie geht denn das? Muss man einfach hier drauf gehen auf diese Dinger? Huah Huah Jawohl Ich bin jetzt beim letzten Kasper Ah, wo bist du, ne? Ja Sichtig irgendwo Wie komm ich jetzt hier? Musst du gegenlaufen Einfach Nein Als wenn ich dagegen laufen musste Und dann hochklettern könnte Ah, 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 ah Mann, ne, ich dachte ich schaff's So, jetzt kann ich hier entspannt So So Oh mein Gott, ich seh grad, was das Schild bringt Was denn? Oh mein Gott Wir können einfach die Laser berühren Und können da unendlich durchlaufen Was? Wir können da einfach durchlaufen Ohne Schaden zu bekommen Okay, pass auf Das Ding ist, ich bin jetzt hier hinten am Ende Und jetzt kann ich jetzt durchgehen durchs Portal oder was? Huah Jawohl Ah, ich hab jetzt ein Stern bekommen Das heißt, ich kann das Ding jetzt theoretisch nochmal machen Hast du jetzt unten links zwei Sterne stehen? Also da bei den beiden Nein, hier wird ein Stern steht da Ja, hab ich auch schon Aber ich hab 185 Dollar Ich aktivier jetzt mal ganz ruhig Oh Oh, jetzt kannst du dir coole Sachen holen Oh, jetzt kannst du dir coole Sachen holen Das hast du gekauft Ich hab's grad für alle gekauft Ja, auf jeden Auf jeden Oh mein Gott Ehrenhaft von dir, Broxo Oh mein Gott, na toll Aber Pass auf, man kann das Ding Also ich mach's jetzt nochmal fertig Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Und wir haben nur noch eine Minute 50 Zeit Ich will's wenigstens einmal zu Ende machen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das wird richtig schwer Das Orangene Wieso ist das so schwer, sag mal Ach verdammt Das ist echt voll schwer Ich muss dir gleich wieder Schild kaufen oder so Ja, Schild bringt ja bei denen noch nicht mal was Nee, Schild bringt ja nicht mal was Aber, ey Mann Das ist, irgendwie braucht man halt irgendwie so eine Sicherheitsblase Ich hab ne gute Taktik jetzt Ich hab ne gute Taktik Okay Bist du in der Ego-Perspektive? Nein Nein, nein Sooo Oh Gott Was soll ich jetzt hier machen? Hä? Hä? Soll ich jetzt hier rüberspringen? Hiiii Oh mein Gott Hiiii Oh mein Gott So Hach ab Hau bloß ab Hach ab Den kenn ich ja schon von eben Ja, man kennt ihn Den kennen wir auch Oh Gott Oh mein Gott Okay Jetzt müssen wir hier Nein, ey Der rutscht auf einmal runter auch von alleine Ahaha Jawohl Menno Ich will's jetzt nur einmal schaffen, bitte Okay, ich bin jetzt sogar schon bei Pink Das heißt Ja Hälfte Warte mal Du ziehst das Ding auch wieder durch da, ne? Du ziehst das Ding auch wieder durch da Oh mein Gott Man muss hier außen rumspringen Wie ein junger Gott Oh mein Gott Ich bin grad so im Lauf drin Das kannst du dir nicht vorstellen So, zack Oh mein Gott Ich bin nicht zu stoppen Ich bin nicht zu stoppen Haltet ihn auf Ach Gott Ich bin nicht zu stoppen Ich bin nicht zu stoppen Ich bin nicht zu stoppen Ich sehs da oben Zieh durch Ich bin nicht zu stoppen Ahhhh Nein Ach nein Ich war so weit Ich war so weit Ich war so weit Ich war so weit Ich sag's die Orangie ist am schwersten, ne? Echt? Ach dann wird's einfacher, oder was? Ja Danach wird's auf jeden Fall einfacher Mann Das ist echt schwer Ich brauch jetzt mal ein Schild hier Okay, pass auf Ich mach jetzt Speedrun 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 Zack Zack Bam 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 So Ich bin auf jeden Fall ein guter Dinge Kaspar Du bist echt auch gut schnell dabei, ne? Ja, normal Profi So Profi Proxy So Hier ganz kurz Zack Außenrum Oha, Mann Ich bin grad so gut Kaspar Das kannst du nicht vorstellen Das kannst du doch keinem erzählen, Mann Oh, guck mal oben Du hast dir doch da irgendwas gekauft Kauf mal bitte Gravity für uns alle Wenn du's gleich fertig hast Oh mein Gott, ich bin grad fast Oh Oh Was hast du? Oh, ich bin grad fast zu weit gesprungen So Okay Ich bin jetzt sogar schon im lilanen Bereich Ja Hier muss man aufpassen Hier sind nämlich so Schleimsachen Die darf man auf gar keinen Fall berühren Ja Denn Hier Oh Oh Okay, ich hab jetzt rot auch fast durch Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott So, Achtung 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 Hellblau Das ist das letzte glaube ich Oh nein, ich muss jetzt Oh nein Ich muss diesen um die Wand Oh mein Gott Wie soll ich denn das Hast du geschafft? Oh mein Gott, du bist dein krasseste Du bist einfach so krank unterwegs, Junge Oh mein Gott, okay Ey Ey Jetzt muss ich hier sogar Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist ein Sprung Saran Komm schon, ich drück die Daumen Ja Ja Fürs Team Fürs Team Ey das waren so schwere Sprünge am Ende Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Mann ey Ich schaff es nicht mal über orange rüber ne Ich hab's aufs blau geschafft aber grün habe ich noch nicht mal gesehen also rang schatze so ein überspringen das stimmt ja easy der mannskant könnte okay ich muss sagen mit der gravity das hilft mir ziemlich gut muss ich sagen so kommt darauf nicht klar okay ich bin gut davor so ja endlich auf grün ich habe ich habe ich habe noch fertig ich bin hier bei so einer wand muss ich da muss sie dann muss ich nicht um die seite rumspringen oder doch doch ich konnte oben drüber springen mit gravity und bin genau ein laser reingesprungen heute was soll ich sagen ich habe es ja schon gesagt parcours sind einfach nicht einfach nur schlecht drin also lasst auf jeden fall bei broxel und auch bei mir ein like da ich lasse natürlich auch ein like da freude checkt jetzt noch gerne ein paar videos aus dass gerne auch ein abo da auf dem kanal hier um kein zukünftiges rüber zu verpassen sorry nochmal wenn ihr nochmal wollt dass ich es nochmal mache mit broxel dann schreibt gerne in die kommentare habt einen schönen tag wir sind beim nächsten mal bis dahin und tschau tschau